Ich habe die Hände und wir fangen an. 4 Minuten. Ready? Ready? Fight! Hängen wir mal. Er will nicht in der Flasche. Nicht nach oben! Die Koffels. Wir haben die Hände in den Mittwoch. Aus dem Mittwoch. Boccia zahlt jetzt nicht auf die Hände, Frau Gabor. Sehr gut. Aufrufen, komm. Geh rum, geh rum, geh rum. Ja, ja, ja! Ja! Alles klar! Ja, 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 ja! Hör mal Kopf, hör mal Kopf, hör mal Kopf, versuch aufzustehen, aufzustehen, exklusiv raus, Beine ist gekommen, Hüfte vor, nicht den Kopf so reinstecken, exklusiv raus, du kannst auch von oben malern, Schlicht mit den Unterarmen zuschlagen, sauber schlagen, konstanzierlicher was zu machen, Gart ist offen, Gart ist offen, Gart ist offen, Work! Auf die Beine, komm, komm auf die Beine, auf die Beine, komm, Du kannst aus dem Stand, aber hoch, 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 komm, aufstehen, komm, spring nicht hoch, Steig, stopp, aufstehen, muss aktiver sein, Langzeit hier, wenn das gut so, Falsch! Geil oder ob, nicht so ein Scheiß! Ui das mal, du bist zu retten! Das war ein Gegenweg. Jetzt hat er Respekt, jetzt kannst du mehr mitschlagen, komm! Wo hat der Target-Singer zusammen? Ja! Und jetzt hängt er immer an den Ecken. Ja! Pechgesprungen! 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 Komm! Und mit doch, komm! Warte nicht! Pechgesprungen! Komm! Komm! Ja der Kette! Ja der Kette! Bist du erst! Warte immer! Komm! Komm! Ja! BeimBas! Komm! Du bist zuerst, du bist zuerst! Und die Linkse da! Ja! Habst du zuerst! Habst du den Kick, oder der Linkse? Servus! Servus! Du musst lernen arbeiten. Das war ja kombiniert. Nicht nur Flasche. Nicht nur Flasche. Ah, die Kippen zu sehen, die... Du kannst du! Oh! Weiter! Weiter! Ries dein Respekt, dann mach auch was raus. Ja. Mal zu wenig, Gerne. Komm, komm! Komm, komm, komm! Nicht so wild, nicht so wild! Den ganzen Ring! Ja, und mehr drauf! Ja, mehr, 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 mehr! Ja! Weiter! 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 Weiter, komm! Auf Wiedersehen! Jetzt wenn ihr dazwischen geht, dann fuhren! Und weiter! Auf, weiter, auf! Komm! Bis zum nächsten Mal! Dann geht es! 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 Und der Winner von TKO in Rund Nr. 1, von der Blue Connor, Kabor Gavi!